Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch hier aus meinem Atelier St. Pölten in einem Hauch von Nichts, darf ich euch drei meiner erotischen Kunstwerke präsentieren. Sie sind 60 x 80 cm groß, Acryl auf Leine gemalt und sind wundervoll für jeden, der das ganz Exquisite mag. Mein Name ist Perfect mit zwei blauen LED-Bändern als Rahmen, mein Red Baby weltbekannt mit Bluetooth-Lautsprecher und meine eher Neuheit Open mit einem Hauch von Nichts. In diesem Sinne einen frivolen und erotischen Abend. Alles Liebe, Servus! Musik Musik